Servus Leute, willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, das ist jetzt schon der zweite Versuch, den ich hier starte, um diesen Part zu starten, weil irgendwie war ein Lattensproblem, aber die sind jetzt weg. Und wir, ja, wir müssen noch diese Pirsche hier killen, weil wir noch sechs Stück davon brauchen, um die Quest dann abzuschließen. Das werden wir jetzt auch schnell machen. Achso, jetzt hat er uns wieder diese Spinnen da aufgehalst. Zack, kommt kaputt. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. Wir machen vielleicht ein bisschen Schaden und ein bisschen sonst was, aber naja. Soll mich nicht weiter jucken. Und euch sicherlich auch nicht. Äh, ich weiß jetzt gar nicht. Vielleicht habe ich ja im Moment jetzt schon 100 Abonnenten. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Vielleicht sind auch schon die Spezialvideos draußen. Ich nehme ja mehr ein bisschen im Voraus auf, weil ich ja so viel zu spielen habe. Dass ihr auch immer schön mit Parts versorgt werdet. Aber mal gucken. Aber es soll jetzt nicht hier zum Thema werden. Denn wir haben ja einen Auftrag. Wir sollen Level 90 werden. Ja, die meisten Gilden auf meinem Server hier, die sind schon kräftig am Raiden und rumschüren. Und halt das Alltagsgeschäft, was wir sonst auch machen. Wäre ich in ihrer Lage, wäre ich wahrscheinlich auch schon Level 90. Schon lange. Ich meine, ich hatte ja jetzt zwei Wochen Urlaub. Da hätte ich das locker geschafft, so nebenbei. So, komm mal. Zack. Kann man das unterbrechen? Ja, das kann man unterbrechen. Das ist auch gut. Aber ich will nicht so viel vorspielen, dass ich zum Beispiel auf eure Kommentare dann nicht mehr eingehen kann. Das ist auch dumm. Weil dann schreibt ihr irgendwas in Part, keine Ahnung, in Part 10 oder so. Und ich bin schon bei Part 30 oder so und bin schon Level 88. Ja, das wäre auch ziemlich dumm. Ah, das kann ich nicht einsetzen. Machen wir das hier. So, noch einen und dann haben wir's. Dann können wir Kinder retten gehen. Komm her, ihr hässlichen Spinnviecher. Weil ich mag ja Spinn überhaupt nicht. Auch im Real Life nicht. Ja, ihr wisst schon. Die hässlichen Viecher, die überall rumquirlen und aus jeder Ritze rauskommen bleiben. So. War's das? Ja, das war's. So, jetzt gehen wir zu den Kindern. Aber der wollte schon wieder ganz woanders hin. Wir sollen zwar in ein neues Questgebiet vordringen. Ich meine, da könnte man schon längst hin. Weil wir ja 86 schon sind, aber... Ich würde schon noch gern... Wie bist denn du? Wo kommt denn der her? Braves Kätzchen, vernichtet acht Jade-Wächter. Okay. Verprügelt ein paar böse Wächter. Das sind Jade-Wächter. Läuft die uns jetzt... Die läuft uns immer noch hinterher. Oder bettelt gerade schon einer gegen die Jade-Wächter? So, habe ich jetzt die Quest hier. Rettet die Kinder. Das sind wahrscheinlich dieselben Gebiete. Also ist ja egal. So, wo sind denn diese Kinder? Sind die denn da? Da ist doch... Leuchtet doch was. Ja, da haben wir schon was. Vor allem die sehen halt auch nur so aus wie Jade, ne? Jade ist ja so grünlich. Kann ich den hier unterbrechen? Klar. Naja, sieht schon ein wenig komisch aus, oder? So. Naja. Quasi... So ein Pirscher wie vorhin... Also wie im vorigen Part. Was macht denn der da? Der hängt da so am Baum. Erzählt mir eine Geschichte. Ach so, ich soll jetzt eine Geschichte erzählen. Bis später. Ja, ciao. Durft ihm jetzt hinterher, oder was? Na okay, wir sollen sechs Kinder holen und ein paar... Typis hier verknüppeln, das ist doch auch in Ordnung. Da haben wir wenigstens was zu tun. Aber das finde ich immer am coolsten. Dass man hier... Scheiße, was ist denn jetzt los? Dass man hier quasi... Das ich um den Quiz kümmern will und dann kommt so ein Typ angerannt und gibt dir noch einer. Wo will da rindern denn die hin? So, hängt hier noch irgendwo was am Baum? Nö. Aber hier müssten eigentlich noch welche sein. Jetzt machen wir mal meine... Oh, da sieht man auch mal, dass es jetzt... Dass es jetzt mehr als ein... Als zwei Flügel sind. Okay, so wirklich sieht man das jetzt nicht. Sieht halt jetzt ein wenig engelsmäßiger aus. Dass die Flügel jetzt auch noch unten weggehen. Oh, scheiße, jetzt bin ich... Gefreezed oder sowas. Ja, haben wir schon drei gekillt. Ich würde aber doch gern mal wieder... Wenn ich so tapfer geworden bin. Ja, das willst du wissen, das ist schon... Das ist schon lange her. Ich bin ja schon lange im Geschäft. Kleiner Pandare, da... Wird man halt einfach tapfer. Ist einfach so. So. Wo sind denn diese Kinder? Die hat schon alle weggeklaut, da der andere... Ach, da hängt ja was. Die hängen hier überall so an Bäumen rum. Ich lasse mir einen Bart wachsen. Kommt bald zurück. Ach so, dann lässt ihr einen Bart wachsen. Na dann. Du bist immer noch ein klein. Hallo. Wo geht ihr hin? Naja. Puh. Ich stehe wieder weg, ne? Was willst du? Hallo. Viel Spaß. Alles klar. Wer seid ihr denn? So, die Kinder haben wir jetzt gleich. Gerade eben habe ich mich noch gewundert, wieso hier so wenig rumhängen. Und jetzt habe ich schon... Jetzt hängt der immer noch hier. Was macht ihr gerade? Erzählt ihr mir eine Geschichte, bevor ihr geht? Nö. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Und bla 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 bla. So, ich soll hier noch ein paar Typen... Oh. Dränerjäger Level 85. Tja, die waren noch nicht so viele Instanzen wie ich, ne? Ich bin hier schon mächtig rumgekommen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir... Noch ein paar Jadewächter finden. Hören wir noch welche. Oh, was bist du denn das? Das ist ein Stachelschwein? Wirklich ein Stachelschwein. Rauch. Rauchiges Stachelschwein. Jetzt bin ich schon wieder mit so... Achso, der... Das muss ich unterbrechen, sonst... Sonst tut er mich hier so... Freezen. So, jetzt brauchen wir noch vier von den Typen. Oh Gott. Warte mal, ich hol mir mal mehr von denen. So, den da noch. Jetzt weichen wir den mal aus. Der kann jetzt seinen Strahl da machen. Wie er will. So, jetzt machen wir den hier. Scheiße, jetzt muss ich den mal unterbrechen hier. So, jetzt muss ich den unterbrechen. Das nimmt immer noch auf. So, ich muss jetzt erst mal einen down, weil der... ...castet hier als nächstes den Scheiß. Das nimmt immer noch auf. Oh nein, ich kann nicht angreifen. Waaah. Das nimmt immer noch auf. So, zack. Oh, schon wieder zwei down. Wie seid ihr so tapfer geworden? Ach Gott, die Geschichte habe ich doch schon erzählt. Die laubern immer dasselbe. Ah, ne, das ist ein Tiger. Den brauchen wir nicht. Wir bleiben gleich drauf hier. Ne, ne, ne. Aber das hat geklappt. Ich habe gedacht, das ging daneben. Dieses Mal wirst du das nicht mit uns tun, mein Freund. Mit diesem, äh, wie heißt's? Oh, jetzt hat's gekrettet. Habt ihr gesehen? Jetzt kam die Feuersäule von oben. Vor allem von oben. Schon ein wenig komisch. So, noch einer. Aber da oben war einer. Na doch, meine. Den krallen wir uns auch noch. Zack. Sag mal, der macht wieder sein komisches. Zack. Unterbrechen wir mal. Bevor es mit uns macht. So, komm, geht's weg. Ach so, na ja, ich auch nicht. Besiegt die Jadehexe. Oh Gott, die kennen wir doch auch schon, oder? Braves Kätzchen. Dann nehme ich mir mal... ...den hier. Wo geht ihr hin? Wo ich hingehe? Keine Ahnung, wo bist du hingegangen? Wo ist denn die Jadehexe? Die ist da hinten. Die kennen wir ja schon von dieser Geschichte. Die uns, äh... Wie hieß er nochmal? Der... Was dieser komische Zwerg da erzählt hat. Oh, jetzt erinnere ich mich auch. Erinnert ihr euch an diese Gegend hier? Da hinten wohnt die Jadehexe. Weil hier überall diese Jade... ...Statuen rumstehen. Das ist doch die Hexe, oder? Eigentlich schon. Tretet näher. Ach! Wo ist Chin? Ich glaube, ich habe einen jungen Wurzelschnapper in meinem Garten gehört. Such ihn. Echt? Die will mich bloß in eine Falle locken. Ich laufe da bestimmt nicht rein. Hier ist der Junge. Ist er nicht etwas ganz Besonderes? Mein verstorbener Ehemann und ich... ...wollten immer Kinder. Werde Teil unserer Familie. Boah! Du Penner! So, jetzt kriegst du aufs Maul. Ne, 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 ne. Du... Du machst hier gar nix mehr. Komm, Yizi. Komm. So. Kannst du mal mit angreifen? Ne, die macht natürlich nix. Die hat nur Angst. Kommt. Oh, guck dir mal die kleine Katze an. Mensch, habe ich Angst. So, die Jadehexe macht gleich... ...nen Abgang. Oh. Hey, Shin. Du lebst. Naja, fast. Ich danke euch so sehr, Ardu. Wenn... ...wenn ihr mich später in der Morgenblüte aufsucht... Bla, 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 bla. Gebe ich euch etwas... Na, 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 na. Okay, gut. Dann sollen wir zurück zur Morgenblüte gehen. Fahre ich hier richtig? Ich glaube schon. Ja, du kannst deinen Text wieder ausblenden. Den haben wir da. 185, Paul allen. So, wie viele Minuten haben wir denn noch auf dem Zeiger? Noch genug. Dann können wir unsere Quests noch abgeben. Und dann... Ja, dann... Mal sehen, wo wir dann hingeschickt werden. Puh, hätte ich eigentlich da oben auch lang gekonnt. Wahrscheinlich schon, ne? Egal, hier fliegen auch so riesige Vögel rum. Schon krass, die Gegend, ey. Mal sehen, ob wir da nach hinten nochmal hinkommen. Aber jetzt... Wo ist denn die Kleine? Da sind sie ja. Oh, tschüss. So, wollen wir da... Den hier? Ne, den hier. Da hast du deine Seiden. Und da habe ich eine Quest. Finde den Jungen. Sprechte mit Tintenmeisterweihe. Möge die Jade-Schlange euch leiden. Okay, aber jetzt... Fahren wir noch hoch und geben die andere Quest ab. Okay, jetzt sind Umweg gemacht, aber da ist ja die Kleine. Wo kommt ihr her? Waschbär aus Jade. Tschüss. Ciao, ciao. Toya hat euch gesucht. Er hat die ganze Jade eingesammelt. Die wir übrigen konnten. Okay, dann springen wir mal runter zu dem. Der war da drüben. Willkommen. Moin. Bringt die geplünderte Jade zu Lernsucher. Ciao. Ach, bei dem waren wir ja schon. Hallo. Keine Arbeit. Die nächste Runde geht auf mich. Hallo. Mögen euch die nicht? So, jetzt fliegen wir mal zu diesem Ciao. Der hat uns hier ja sitzen lassen. Jetzt haben wir hier so viele Gebiete abzusuchen. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Jetzt können wir uns hier auch mal ein wenig umgucken. Grünstein. Da war man auch noch nicht, ne? Da sind ein paar vereinzelte Häuser. Uh, da unten ist aber ein bisschen... Danger. Bisschen viel los da unten. Ach, hier scheint ein alter Tempel zu sein oder sowas. Ich würde euch gerne helfen, Lernsucher. So, da sind wir beim Lernsucher. Aber wir werden jetzt mal den Part beenden, Leute. Denn es ist mal wieder soweit, ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part von World of Warcraft. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.